Ah, guten Abend. Ich hoffe. Oh, vielen Dank. Ich bin Barter Girl. Ich war auf meinen Reisen schon auf neun verschiedenen Inseln. Der Verwalter meiner Heimatinsel hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Barter Girl. Das waren seine Worte. Vielen Dank für alles. Mir ist so kalt. Ich fühle mich. Ich dachte, ich muss sterben. Aber jetzt geht's wieder gut. Vielen Dank für... Danke für die schöne Zeit hier. Ich darf meinen Eltern berichten. Meine Bitte muss ich noch loswerden. Ich habe... Das hilft mir sehr. Das war richtig lecker. Das war richtig gut. Jetzt fühle ich mich echt satt und zufrieden. Ich habe ein Ding, wenn ich meinen Eltern darf. Ehrlich. All right in time. Das werde ich dann auch... Es war wohl Schicksal, dass ich auf Island gelandet bin. Du bist echt sehr nett. Du bist echt sehr nett. Meine Augen sind ein wenig müde. Nun. Gute Nacht. Bye. Bye.